Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anno2070. Wir müssen hier mehrere Probleme lösen. Ja, Öli ist eins davon. Das ist das geringste Problem tatsächlich. Ja, auch ein Problem. Ein bisschen mehr Gewinn machen wir jetzt glücklicherweise wieder, aber nicht viel. Und zwar liegt das daran, dass uns Tee fehlt. Warum auch immer. Ja, weil da keine Energie auf der Insel ist, weil die Ökobilanz so schlecht ist. Wobei, die Energie habe ich jetzt gelöst, aber die Ökobilanz ist immer noch richtig schlecht. Wir können CO2 speichern, das wäre noch besser, glaube ich. Aber das braucht einen Minenbauplatz, den haben wir aber nicht mehr. Da ist doch so ein Flussklärklaftwerk gebaut. Wo hast du denn bitte die ganzen Carbonrohstoffe vom Admiral hin? Die habe ich ins Kontor geladen. Von welcher Insel? Zu der, wo wir hinwollten, weil wir hier jetzt das Ding bauen wollen. Ich habe aber mehrere Sachen immer auf einmal im Sinn. So, wo ist denn dieses blöde Ding? Ich bin schon dabei. Ich habe schon gebaut. So, jetzt bin ich da runter zum Atomkraftwerks. Warum haben wir denn hier keine seltenen Erdmetalle? Ist die Route hier noch nicht effizient? Dann geben wir mal 150 Energie nach Boomtown. Doch, die ersten Erdmetalle sind da. Wie sieht das denn hier aus mit der Produktion? Wie sieht das denn hier aus mit der Produktion? Das ist eine gute Frage. Fratelli. So, wo ist... Neutraler Anteil aufgekauft. Bartok? Anteilsankauf festgestellt. Wir machen übrigens gerade Minus. What? Weil T fehlt, ne? Genau. So, wo sind denn jetzt hier die ganzen Schiffe? Die Admiral fährt schon wieder so beschissen. Warum? Diese Arche steht voll im Weg. Kann man die Arche nicht irgendwo anders hinbringen? Nein. Zwei Schiffe, äh, ein Schiff hier. Die Salamander, die schicke ich jetzt mal nochmal auf den 3-Platz. Und die, äh, Seeteufel, die geht bitte zur Flotte. Du bist nämlich ein Kriegsschiff. Fisch haben wir übrigens auch. Doch, haben wir noch relativ viel. Das ist okay. Das könnte jetzt teuer werden, wenn ich hier mache. Aber probieren wir doch schon. Wir haben ja so viel Geld gerade. Achso, das kann ich in die Luft schießen, das Ding. Alles klar. Sehr gut. So. Ich glaube, dass jetzt hier viele seltene Erdmetalle produziert werden. Die bräuchten wir nämlich. Wir haben gleich, wir haben... Wir haben schon 71 Uran. Ja, ist egal. So, ich hab nicht über das Uran geredet, sondern um die Seuche. Von der Seuche. So, es wäre auch gut, wenn wir nochmal ganz viel verkaufen würden, tatsächlich. Dann würden wir nochmal ein bisschen kleinen Geldboost bekommen. Ein bisschen Kleingeld. So, und jetzt ist aber gleich das Schiff hier da, mit dem ich ein wunderbares Flussklärwerk bauen kann. Auch wenn das wieder wahrscheinlich unglaublich viel Energie braucht, ne? Warte mal, da hab ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Wie viel Energie braucht denn ein Flussklärwerk? Ach, nur 250. Ich mach' gerade Ölis, äh... Zweite Insel. Die eine Insel heben wir uns ja auf für den Atom... Ja. Äh, Langstrecken-Rakete, mein' ich. Ach, das reicht aber immer noch nicht. Warum reicht das denn nicht? Ja, ich muss gleich leider nochmal so'n, so'n Uran-Extrakt oder so'n... Ja, warte mal eben. Äh, ich find' diese blöden Sachen, dieses beschissene Menü hier. Produktionsstillstand. Wir brauchen hier mehr Energie auf dieser Insel, Sarok. Wie machen wir das? Was ist denn diese Insel? Kalitus 4. Und wir haben hier nicht genug Rohstoffe, um gleich alles abzuliefern. Da muss er ein Energietransmitter bauen, dann... Wobei... Ja, da haben wir nicht genug Energie für, äh, nicht genug Rohstoffe für. Und wir müssen uns langsam aber eilen. Das ist nämlich sehr, sehr wichtig. Ja, wir haben hier noch 300 überschüssige Energie auf, äh... Helios. Warum reicht das denn immer noch? Wir machen das so. Energieversorgung mangelhaft. Da kann ich nix für. Doch, weil du mir da nicht hilfst. Du hast wieder... Das ganze Carbon ist jetzt wieder nicht hier, ne? Weil das immer noch auf dieser Insel vergammelt, wo wir sowieso gemäxt sind, weil du nur die Hälfte mitgenommen hast. Sarok, Grundregel ab jetzt. Immer Schiffe mit voll beladen losschicken. Nicht mehr mit der Hälfte. Müssen wir uns erstmal noch ein bisschen um Uran kümmern hier, weil das ist auch wichtig. Wir haben doch bestimmt schon wieder irgendwo Schiffe rumstehen, die keiner nutzt, weil Sarok die irgendwo mal irgendwo hingeschickt hat und dann vergessen hat, oder? Hier zum Beispiel. Nicht für Sarok, das hat bestimmt Sarok gemacht. So, ich guck mal, ob zwei Brennstoffdinger reichen. Dann baue ich nämlich hier unten dann noch ne Sprengstofffabrik hin. Damit wir schneller Sprengstoff regnen, damit wir schneller die Langstrengen-Rakete testen können. Weil Langstrengen-Rakete ist schon sehr wichtig. Gesundheitszustand der Bevölkerung stabilisiert. Sehr gut, Nergurix. So, was braucht man für einen Energietransmitter nochmal? Akkuschrauber baut, Sam. Akkuschrauber bauen? Ökobilanz. Werte steigen. Hast du da ja Glück. Dieser Insel ist das leider noch nicht der Fall. Alter, die Salamande, die krebst vor sich hin, wenn sie voll beladen ist. Das ist der Schick. Ich würde mal sagen, jetzt ist der Tee nicht mehr da, weil es war gerade wunderbar zu sehen, wie wir einfach plus 500 hatten und schwupps auf minus 300 runter. Oh, oh. Wo denn? Was ist das für eine Insel? Das ist die alte Insel von Öli. Da haben wir schon zwei Aktien von. Sollen wir die Inseln übernehmen gleich? Ja, ne? Das machen wir. Bei Öli? Bei Öli meinst du? Nein, bei Leon. Bei der alten Insel von Öli. Bei Alt-Öli. So. Kommt jetzt auch mal das Schiff an. Da ist es schon. Zarok? Zarok? Situation unter Kontrolle. Keine Strahlung ausgetreten. Alles gut. Am besten den Satz, Produktion nicht beeinflusst, ja? Das ist das Wichtigste. Ja? Vor allem, was haben die denn gemacht? Ja, manchmal gibt es halt Störfälle. So sicher ist Atomkraft nicht. Doch, es ist eindeutig die, ähm, Dings der Zukunft. Das ist ja schön, aber leider minus 200 Energie dort aktuell. Bist du schon angekommen? Ja, bist du. Nee, nach 70. Wo ist denn mein Schiff? Registriere steigende Fruchtbarkeit. What the fuck? Kaltus 5, sehr gut. 4. Ich weiß nicht, ob du das jemals lernen wirst. Wo ist denn hier, da oben, wer eine? Da ist aber voll. Das heißt, ich habe alles zur falschen Insel gebracht. Das ist auch schön. Zagok, wir müssen, du müsstest noch einmal Energie umleiten. 200 mehr auf Kaltus 4, bitte. Mindestens. Ein bisschen mehr wahrscheinlich sogar noch. Machen wir so 250, wenn wir die haben irgendwo. Kaltus 4, äh. Sehr gut. Dankeschön. So, jetzt haben wir nur noch weniger Energie, aber das soll jetzt nicht bald, äh, nicht Energie, sondern, äh, ne? Ich habe mal so, ich habe mal so, dass noch ein bisschen Energieüberschuss hat. Wir haben Max-Hightech-Waffen. Sollen wir mal ein paar Hightech-Waffen verkaufen? Die bringen nämlich so viel mehr. Ja, an Öli am besten. Wie viele Hightech-Waffen brauchen wir hierfür? Ist eigentlich auch gar keine. Wir verkaufen die, oder? Ja, wir haben eigentlich genug Militär, ne? Das sind über 300 Tonnen. 100, 100, 100, ne? Und 50 Kerosin, ja. Sag auch. Oh, Change Coast ist nur noch 5 Minuten da. Oh, Sarah, guck mal aufs Geld. Guck mal aufs Geld. Ja. Das war noch nicht die Langstreckenraketen. Das waren Service-Spots, die wir zu viel hatten. Ich wollte gerade sagen, und du sagst Waffenproduktion, äh. Nee, nee, die kommen aber gleich. Ja, natürlich waren das nicht die Langstreckenraketen. Die kostet ja auch mehr. Zack. Jetzt machen wir gerade minus 1000 übrigens. Hauptsache es gibt keine Rebellion in unserer Stadt. Was fehlt eigentlich bei Lifestyle? Kommunikatoren werden auch zu wenig geliefert. Die ist wahrscheinlich, kommen die auch von hier, ne? Ja. Ich glaube schon. Ich glaube fast schon. Registriere Energieknappheit. Alles gut. Haben wir jetzt, äh. Ich hab das Gefühl, ich... Wie kommen die Kommunikatoren hier? Du bist doch da im Rad... Boah, bist du blöd, ey. Wie doof. Kommunikatoren. Wo seid ihr denn? Kommunikatoren. Hier nicht. Auch nicht. Hier auch nicht. Wo bauen wir denn Kommunikatoren, Zarok? Das musst du ja auch mal sagen können. Nee, leider nicht. Wir müssen hier kurz was umdisponieren. Mit nirgendwo? Könnte es sein, dass wir da eine Handelsroute vergessen haben? Oder außerdem gelöscht haben oder so? So, dann bauen wir hier jetzt noch mehr Uran ab. Das ist auch schön. Alarm. Kriminalitätskarte erreicht kritisches Niveau. Störfall in Atomkraftwerken. Ähm. Warum haben wir so wenig Kommunikatoren? Das kann ich Ihnen nicht sagen. Wir können auch mal versuchen, Brennstäbe zu verkaufen. Ich sage, wir müssen uns erst mal um den Fall der Kommunikatoren kümmern. Ich dachte, Tee. Ja, die sind jetzt nicht mehr das Hauptproblem. Wir können aber, wir haben doch hier so viele Mikrochips, ne? Ja. Dann machen wir hier Kommunikatoren. Oh, mich regt das so auf, dass hier ständig diese Akkuschrauber mitgenommen werden, sodass hier keine Akkuschrauber mehr auf dieser Insel sind. Was hast du so eingestellt? Ja, es ist ja theoretisch auch sinnvoll, aber nicht, wenn es hier die ganze Zeit Probleme gibt. Theoretisch ist das sinnvoll. Benjamin. So. Eigentlich kann ich mir mal ein bisschen Holz mitnehmen. Ey, was ist das denn? Alter. Hier durch den Schatten der Nacht hat der Öli hier wieder Schiffe gebaut. Naja, also, äh, jetzt kannst du nochmal nach oben links schauen. Das sind die Hive-Deck-Waffen, die wir verkaufen. Umtausch ausgeschlossen. War jetzt nicht so beeindruckend wie bei dem anderen. Wir haben auf dem Euro-Kundrappplatz keinen einzigen Akkuschrauber mehr. Ja, die habe ich gerade mitgenommen. Es werden wieder 300 Tonnen gleich geliefert werden, weil die von dem anderen Ding schon wieder... Okay. Ich transportiere die ganze Zeit hin und her. Dann fahre ich da mal hin. Währenddessen ergreife ich wieder die, äh, respawnende Flotte von Öli an. Wenn das okay für den, der wo ich es ist. Ja, mein... Töten aus meinen Dosenöffnung, meine Freunde. So, ich habe schon wieder vergessen, muss ich hier gleich machen. Ach ja, Kommunikatoren... Wie kommen die Schiffe denn her? Danke fürs Achievement. Runter sie kommen. Nee, runter kommen sie immer. Ich habe kein Achievement gekriegt. Zerstören sie feindliche Flugzeuge. Ja, habe ich gemacht. Ja. So. Treiben wir hier wieder ein bisschen mit Kommunikatorenherstellung. Äh, wo machen wir das hier? Ich weiß gar nicht, ob wir hier noch ein Schiff übrig haben. Das darf nicht in die Sicherheit des Haftes. Sorgt auf Kalitus 4, brauchen wir nochmal ein bisschen 50 Energie oder so mehr. Was machen wir mehr? 50 Energie oder so. Ja. Müsste reichen. Mach den Öltanker kaputt. Hier beide das dabei, ja, habt ihr. Dann machen wir doch hier die Pauzeinlinger weg. Dafür ladet ihr auch Kommunikatoren ein. So, damit haben wir jetzt deutlich mehr Kommunikatoren. Das heißt, es sollte auf Dauer keine große... Guck mal hier in unserer Hauptstadt. Die revoltieren gleich. Spiel gespeichert. Ähm, ich erst mal speichern. Weil wir weder T noch Kommunikatoren haben. Okay, jetzt steigt es wieder. Die 3D-Beamer sind auch leer. Das sollte aber eigentlich nicht sein. Dann müssen wir da gleich noch ein bisschen... Oh, 0 Tonnen. Du hast die ja gerade verkauft. Ne, Service-Words habe ich verkauft. Also ich habe die Produktion aber verlegt von... Von 3D-Beamern. Ich meine eigentlich... Ich hoffe, da kommt bald weiter an. Das haben wir ein Problem. Das... Ja, warte, ich muss gucken, wo die jetzt herkommt. Ich muss mich halt auch um jede Handelsroute kümmern. Ja, mein Aufgabenbereich ist ja klar definiert. Den hast du hier so definiert. Eigentlich warst du mal für die Unterwassersachen und so auch zuständig. So, hier sollen 3D-Beamer mitkommen. Bei Loda. Haben wir noch irgendwo ein Schiff frei? Stimmt. Wo ist Loda? Loda hat 13 3D-Beamer dabei. Geht da nicht noch mehr? Siehs! 3D-Beamer... 3D-Beamer... Wo habe ich noch mal die Produktion? Ja, wo meine Freunde. Ich suche ein Schiff. Bestimmt, auf mir auch Kun-Tree-Platz steht. Es sind viele Diamanten, wenn ich das richtig sehe. Ja, bei mir auch Kun-Tree-Platz stehen 18 Schiffe. Zark, wir müssen noch mehr Diamanten haben. Spiele brauchen wir denn dann auch? Wo haben wir denn die Diamantenproduktion? Äh, nur auf Mana an, glaube ich. Ja, genau. Ne, Kamino. Wo ist die Kamino? Ist das Kamino? Das ist Mana-Arm. Das Kamino. Da haben wir übrigens ganz schön viele, äh, Mangan-Knollen. Jetzt sollten wir da nochmal eine Verarbeitung nehmen. Oh, ich hab den gerade gekauft, ja. Ja, Moro, ich bin ein ganz gewiefter Junge, ne? Äh, wo hast du denn die Manganen da? Ist hier schon losgefahren, oder? Wer bist du? So. Wo bist du? Und Diamanten. Wo bauen wir denn Diamanten hier ab? An welchen, wo wird, wie baut man denn Diamanten ab, Sarok? Da musst du dir so eine Diamanten-Abbau-Station bauen, die heißt, ähm... Für was brauchen wir denn Diamanten, das ist die erste Frage. 3D-Beamer. 3D-Beamer sind in diesen... Ne. Das ist Ecos und 3D-Beamer, ne? Ja. Hier, dann gehst du da drauf auf die 3D-Beamer. Du hast da ja schon wieder so viel Platz verschenkt auf dieser Insel. Ich kann ja nirgendwo mehr was bauen, weil überall nur... ...unnötig Sachen verschwendet wurden. Wo soll ich denn hier noch was bauen? Hier geht vielleicht noch was. Wenn wir den hier vielleicht mal irgendwo anders hinsetzen. Vielleicht einfach abreißen. Was hast du da gerade abgerissen? Was unwichtig ist, weil wir haben 250 Tonnen von dem, was er herstellt auf dieser Insel. Mangan-Knollen. Okay. Muss man hier Felder haben? Ja. Ja, muss man. Muss ich nochmal anders bauen. Kommt die Salamander denn bald an, oder ist sie wieder stehen geblieben, weil sie nichts kann? Warno. Produktion gestattet. Produktion angehalten, ey. Ja, weil die auch keine Diamanten mehr haben. Oh, da brauche ich ja gar keine Lego-Steine. Da brauche ich Beton. Wo produzieren wir denn Beton? Oh, boom, schau. Da produzieren wir. Beton. Wird aber direkt weitergeliefert. Also kannst du es am besten von Fortune City holen. Boomtowner 320. Ich glaube nicht, dass ich da... Okay, dann haben wir überall voll. Ich konnte nur ein Dingens mehr bauen. Das ist zu wenig. Brauchen wir mehr Akkuschrauber hier. Das Gefühl, ich transportiere die ganze Zeit nur Akkuschrauber irgendwie hin und her. So, wir haben auch gleich zu wenig Service-Bots. Wir haben von allem zu wenig Fisch. Wir haben von allem zu wenig. Aber gleich, gleich können wir gute Sachen machen, die das Leben schöner machen. Ah, weißt du, was war das Problem, dass wir inzwischen nicht mehr genug Biopolymere haben, ne? Ja, Biopolymere. Biopolymere kamen aus Reis, ne? Äh, Reis sei schon. Ja, aus Mais, meine ich natürlich. Biopolymere aus Reis. Ja, aus Mais. Ist jetzt auch nicht so viel anders. So. Da gibt es auch die Sylvie. Ha, ha, ha. So, ist denn die Salamander jetzt wieder hingefahren? Hier oben irgendwo, ne? Oder ist hier noch unsere Wehe? Die ist noch unsere Wehe. Wir brauchen ein Glas. Wo ist denn hier ein Schiff? Ja, das probier ich auch gerade. Aber wir brauchen ja kein Schiff mehr, ne? Ne, eigentlich nicht. Aber du baust halt auch so viel von unnötigen Sachen gerade immer nur. Was heißt von unterschiedlichen Sachen? Unnötig, nicht unterschiedlich. Ich hab noch nie irgendwas Unnötiges gemacht. Doch. Wir haben halt gleich eine Revolte auf dem Möerkundreiplatz und du kümmerst dich nur Moran. Ja, aber wir wollen auf die Langstrengung. Weil du wirst ja sehen, wie die Moral hochkippt. Wir haben nicht mal mehr Fisch auf dem Möerkundreiplatz. Warum Fisch ausgeht, das ist eigentlich eine Frage, die gerechtfertigt ist. Ja, weil das auch von dieser Insel kommt. Und die Produktion dieser Insel ist halt aktuell sehr, sehr schwierig. Da wäre es gut, wenn man da irgendwie ein bisschen was machen würde. Ne, das funktioniert so nicht. Jetzt gammelt der da schon wieder rum. Du baust immer so absolut ineffizient, ne? Das ist schrecklich. Ja, das muss doch gut aussehen. Das muss doch nicht. Haben wir zu viele Korallen? Ja, dann kann ich das Ding hier abreißen. Das ist sowieso völlig katastrophal geworden. Das Ding könnte man auch besser hier irgendwo hinbauen. Verminderte Fruchtbarkeit durch Umweltverschmutzung. Wer hat Umweltverschmutzung? So, Yannis. Energieversorgung mangelhaft. Ja, da kannst du jetzt davon. Das ist da noch irgendwo eins. Sehr gut, ein Reparatur-Kron. Jetzt fehlen uns die Bauzellen. So. Das brauchten wir hier nochmal. Glas brauchten wir hier. Warnung. Fahrzeug unter Beschuss. Glas. Ist das Schiff jetzt schon angekommen? Alam. Boah, ist das unschön. Und immer muss ich mich darum kümmern. Was ist denn so unschön? Wir haben Leute, die eine Pistole auf dem Kopf haben auf unserer Halbinsel. Ich weiß nicht, ob du das irgendwie mal gesehen hast. Das haben wir auch kein Geld. Auf unserer Halbinsel? Hauptinsel. Zu hören kann der Junge auch nicht mehr. Ja, aber die haben... Warum eigentlich? Die haben doch alles. Nee, alles nicht komplett. Ja, wow. Ja, das sind schon die Ingenieure. Ach so. Ist das Schiff jetzt schon angekommen? Ja, in der Tat. Dafür brauchen wir auch Glas. Dann könnt ihr hier mal tanken. Wo ist, wo ist das Raketensilo? Das ist hier, ne? Warnung. Produktion gestart. Ja, Elektronikhersteller. Kommunikatoren. Wir haben nicht... Wir haben volle Kommunikatoren. Warum? Weiß ich nicht. Wo denn? Das steht im Warenlager des Gebäudes voll und hier steht... Dann hat das noch keine Route. Hat sich das nicht geändert? Das ist das, wenn man das alles selber machen muss. Wird die noch wahnsinnig. Nee, wir sind nicht voll von Kommunikatoren, aber die werden nicht abgeholt. Doch, werden sie eigentlich von... ...dem Warprisma. Nee, ich mein... ...von dem Gebäude, das die produziert. Ach so. Kein Kontor der Welt interessiert sich dafür. Weil du baust auch immer nur so Level-2-Kontore, ey. Wir haben auch keine Sachen da. Das ist ja das Problem. Oh, Quatsch. Ich muss ja ständig Sachen hin und her bringen. So, jetzt kann ich nämlich endlich das bauen. Das ist ja auch normale Dinger hier. Normale Straßen. Wir müssen Schnellstraßen machen. Das ist völlig egal. Nein. Nimm mal mit die Scheiße und bring die hin da. Wie viele Schiffe hier ein- und ausfahren, ist der Shit? Ja, ich muss ja 78 Sachen immer hin und her bringen. Bei mir lieber spawnen einfach immer Schiffe. Ja, das ist immer so. Das haben wir doch bei Bartok schon festgestellt. Ja, jetzt stimmt. Oh, diese Maisdinger sind auch so blöd riesig. Das sieht aus wie ein Reparaturkran. Mais? Also, ich muss sagen, die Tycoons sind ja deutlich effizienter, wenn es um Sachen bauen geht. Naja. Die haben es halt nur aufgeteilt auf mehr Gebäude. So, das löppt erstmal. Warum ist denn hier... Wo kommt denn überhaupt unser Fisch her? Du hast ja alles... Irgendwann hattest du ja die glorreiche Idee, alles mal umzulegen. Wir können natürlich auch einfach mal sagen, wir nehmen ein bisschen Fisch. Wir können halt das Problem zumindest fürs Erste ein bisschen beheben. Wir können gleich Fisch von da holen. Kerosin am Start! Es gibt keine Route mit Fisch. Oder wie sehe ich das doch hier? Von Quandt. Bauen die BMW. Bauen die jetzt andere Route. Dann machen wir doch hier einfach nochmal folgendes. Wo ist das denn? Gibt nicht. Okay. Gibt es zu nicht? Wo ist das denn das Schiff? Wo ist das denn das Schiff? Ihr wollt mich auf verarschen, es geht auch nicht so richtig so. Haben wir wieder irgendwo einen Akkuschrauber? Wo ist denn das Schiff, das ich geschickt habe, um Sachen zu machen, die das Leben schön gemacht haben? Stimmt hier, das wollte ich machen. Ich brauche Beton und Stahl. Stahl ... Stahl ... S aggressive ... So passive ... ... So ... ... Vielen Dank.